Drei Schmetterlinge fliegen durch die Luft. Sie suchen eine Wiese mit viel Blütenduft. Ein Blüter hier, ein Blüter dort. Sie flattern immer weiter fort. Sie trinken süßen Blütensaft. Das gibt den bunten Pflügeln Kraft. Und erst wenn sich die Sonne neigt und eine kleine Brille geigt, setzt sich der Schmetterling zur Ruhe und macht die beiden Flügel zu.